Ein Unternehmer aus Bochum muss einer 35-jährigen Frau, die monatelang Sexdienstleistungen für ihn erbracht hat, Urlaubsabgeltung in Höhe von 320 Euro zahlen und ein Arbeitszeugnis ausstellen. Das hat das Landesarbeitsgericht entschieden. Was da genau hinter steckt, hinter dieser delikaten Angelegenheit, erkläre ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Und der Fall hatte es tatsächlich in sich. Eine 35-jährige Frau hatte monatelang Sexdienstleistungen für einen Bochumer Unternehmer geleistet und die dreifache Mutter wollte jetzt gerne Urlaubsabgeltung in Höhe von 320 Euro und ein Arbeitszeugnis haben. Was war da passiert? Nun, zunächst mal war es so, dass dieser Unternehmer eine Mitarbeiterin hatte und diese Mitarbeiterin erzählte ihm im Sommer 2017, dass sie eine Freundin hatte und dass die Freundin gerne sich ältere Männer als Sugar-Daddies suchte. Und sie biete auch Geschlechtsverkehr, aber im Gegenzug hätte sie gerne eine finanzielle Unterstützung. Es war dann so, dass die Mitarbeiterin des Unternehmers Bilder ihrer Freundin mitgebracht hat. Der Mann dachte, ist ja cool, spreche ich mal mit der Dame, die da Sex für Geld anbietet. Im Juni 2017 trafen die sich dann in einem Café und die vereinbarten, die Frau solle zweimal wöchentlich zu dem Mann nach Hause kommen und es solle zu einvernehmlichen Sex kommen. Außerdem war noch Verpflichtung, sporadisch soll sie mal mit zum Abendessen mit Freundinnen kommen und zwei- bis dreimal jährlich mit in einen Kurzurlaub. Vor Gericht gab der Mann dann an, noch am gleichen Abend gab es auch Sex. Also ging ehrlicherweise ordentliche Sache, aber dieser Sex am gleichen Abend ist wegen einer Armverletzung der Frau abgebrochen worden. Weil in Deutschland bitteschön alles auch seine Ordnung haben muss, hat man einen Arbeitsvertrag gemacht. Und in dem Arbeitsvertrag wurde die Frau angestellt als Hauswirtschafterin mit den Aufgaben Putzen, Wäsche waschen, Bügeln, Einkauf und sonstige haushaltsübliche Verrichtungen. Vereinbart wurden 460 Euro und ein Urlaubsanspruch von 25 Tagen. Und außerdem hat der Unternehmer, so sagt er dann im Prozess, noch zusätzliche 20.000 Euro in die Frau rein investiert, so sagt er es. Unter anderem verschiedene Kurzreisen nach Polen, Mietzuschuss, Barzahlungen und er hat den BMW X1 der Frau überlassen. Außerdem, das fand ich besonders lustig und kurios, hat er Verwarn- und Bußgelder in Höhe von 1300 Euro für sie gezahlt. Die musste also ganz gut mit rumgeprescht sein mit dem X1, den er ihr da überlassen hat. Jetzt war allerdings das kleine Problem, die Frau hat nicht ganz das geleistet, was sie vorher versprochen hatte. Es kam lediglich zu zwei bis drei sexuellen Handlungen im Monat. Er hatte sich das ja vorgestellt in der Woche. Und schließlich hat die Frau im Januar 2018 ihm sogar komplett mitgeteilt, kein Sex mehr. Sexuelle Beziehung beendet. Also wäre gerne noch weitergekommen, aber kein Sex mehr. Daraufhin kündigte er sofort den Vertrag, das Hauswirtschaftsverhältnis zum 28. Februar, also direkt einen Monat später, und stellte sie von ihrer weiteren Arbeitsleistung frei. Die Frau klagte das Arbeitsgericht Bochum, verurteilte den Mann zur Zahlung von 460 Euro für den Monat Februar, da sollte es noch Knete geben, plus Urlaubsabgeltung und Erteilung eines qualifizierten Arbeitszeugnisses. Es ist in Deutschland nicht so, dass so ein wirklich wichtiger Fall in einer Instanz hängen bleibt. Nein, das Landesarbeitsgericht in, ich meine, Hamm hat sich die Geschichte dann auch nochmal angeschaut, oder vielleicht in Bochum, wahrscheinlich Bochum. Das Landesarbeitsgericht jedenfalls hat sich die Sache auch nochmal angeschaut und gesagt, nee, das ist nur teilweise begründet hier. Die Frau hat nämlich keinen Anspruch auf Zahlung des Entgelts für Februar aus folgendem Grund, der Arbeitsvertrag ist nur ein Scheingeschäft. Haha, wir haben es sofort kapiert, die ist ja gar keine Hauswirtschaftlerin. Das sind klare Sexdienstleistungen. Jetzt ist der Vertrag nicht sittenwidrig, aber Sexdienstleistungen, wenn die vereinbart worden sind, die muss die Frau nicht erbringen und insofern befand sich der Mann nicht in Annahmeverzug. Also sie muss sie nicht erbringen, aber da muss er auch nichts zahlen. Deswegen dafür keine Knete, aber Urlaubsabgeltung in Höhe von 320 Euro schon, denn auch Prostitution, so das Landesarbeitsgericht, könne im Rahmen eines Arbeitsvertrages ausgeübt werden und ein Arbeitszeugnis gibt es selbstverständlich aus, das ergebe sich aus § 109 der Gewerbeordnung. Also ordentlich ist wirklich alles in Deutschland. Ich würde gerne das Arbeitszeugnis gerne sehen, ihr auch. Ich versuche es mal zu beschaffen und wenn ich das hinkriege, dann lasst ein Abo da und dann informiere ich euch auch, wenn ich das Arbeitszeugnis habe von der Frau. Naja, ob ich das wirklich kriege, weiß ich nicht, aber vielleicht schreibt ihr mal kreativ in die Kommentare, wie könnte so ein Arbeitszeugnis einer Sugar Daddy Frau, oder wie heißen die dann, Toy Kids, Toy Boy gab es mal als Jungs, aber so, ja, Escort-Dame. Wie könnte das Arbeitszeugnis einer solchen Escort-Dame, die ich euch gerade beschrieben habe, aussehen? Ära eurer Kreativität sind hier freien Lauf gelassen, schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, denn da dürfte doch die ein oder andere Gehirnzahl jetzt angeregt worden sein. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin.